Wir leben in einer Zeit, so dass die reingungsmischte Menschen, die nie auf der Welt sind, noch nie nicht euer, durchgeguckt sind. Wenn man mit Menschen reden kann, wo man vielleicht so am 19.12 oder 19.18 durchgelebt hat, dann würden sich wahrscheinlich sagen, wie wir in Szent- und durch ähnliche, durch die Spanische Grip, und so wieder durchging, und nach dem Zweiten Weltkrieg, nach euer. Aber für uns, das Säure wurde nie, wurde wir haben. Und wenn wir in so einer Zeit sind, dass von der, wo das nicht bloß ein Land ohne geht, und jetzt die ganze Welt ohne, dann kommen durch so viele Frauen, viele Menschen. Und das glaube ich erst nochmal, natürlich, dass durch viele Frauen dann kommen. Und ein Ding, wo du dann besonders der Freu kämpfst, ist, ob der Täumer in der Tatsache, von der der Bibel reden, der hat nämlich dort ein von der Welt. Und in der Bibel, der redet davon. Und einer der andere, der fangt dann, um sich freu zu stellen, dass das nicht, wo du geschrieben hast, wo du kommen willst, das nicht dort ein Wort sein wird. Tatsache ist, da kommt der Dach, wo diese ganze Welt, das ihr, das wiederkommt, der wird einmal abhören, mit existieren. Das wird nicht mal durchsagen. Wir haben in der Bibel nicht sehr viele Einzelheiten beschrieben, aber wir haben hier noch Informationen, das wir ans Reutmärken kennen und das wir wissen können, was wir lügen können. Wegen so viel, das wir reut sind, wann die Wahrheit kommen wird, wann der Engel von der Welt kämpft. In einer Täumer, wo du besonders auch in dieser Zeit, wann du eine große Katastrophe oder große schwere Tiden auf eine große Plage von dieser Welt passiert oder kämpft, es immer war die Freude, wo du dann hochkommst, wo du erst mit den Antichristen, wo du erst mit der Enttückung, wo du erst mit der Saas, 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 wo du erst mit der große Trübsal, von was wir in Offenbarung lesen. Und das wird die von der Augenbet behandelnd werden. Kämpft die Enttückung? Er wird erst mit dem Motivation. Mein Ziel ist mit dieser Botschaft nicht, irgendwo Anwendigkeit abzuwollen. Wenn ich weiß, dass ich sehr viele verschiedene Dinge oder in dieser Hinsicht gesagt habe, aber mein Ziel ist, dass ich einfach Menschen Fried und Ruhe geben kann. Wenn ich weiß, dass viele Menschen in Angst leben, die sind abgewollt in den Lüren, und das ist nur schnitt, dass ich auch sehe, besonders wenn viele Weltgeschehen und Menschen abzuwollen. Ich weiß, dass meine Eltern auch sehen, dass sie klein werden, und dann all die Dinge, wo ich eine Köpende hatte, so einen Barcode noch gebacken, und dann war es sehr abgeregt, davon geredet, dass das die Saas saßen. Und ohne das können wir nicht mehr mehr Köpende verköpfen, dass das mal dort sein kann. Aber wir nicht. Nur die kommen noch mit der Kreditkotten ab, und andere haben dann auch Internet und so wieder. Immerwahrer gibt es eine Angst, ob es die Täumer hat, die auf die Welt kommt, oder die erwähnt wird. Besonders in den Taten, wenn es eine Katastrophe gibt, kommt die Täumer immerwahrer ab. Dann entsteht dort der Menschen, Gottes Wut, Fried, Ruhe, Geborgenheit, ein Fundament. Spätzig Sekunden wird Gott, dass der Menschen bloß noch doller Angst mehr an entsteht, dort soll er in dieser Gelehrung Gott sein, in Ruhigbleibend werden. Und das ist eigentlich zum Sturm, wo viele Menschen eine Vergangenheit, und Prophezeiungen gemerkt haben, und nicht, wo das kommt, wo das kommt, besonders auch, er war der Zweite Kommen Christi, eine ganze Liste, ja, du sind da all, wo Menschen, die Prophezeiungen, aber das ist nicht gekommen, und das ist nicht gekommen, und das ist nicht gekommen. Und trotzdem, immerwahrer merken Menschen, Prophezeiungen, wann besondere Katastrophen sind, oder auch andere Gründe. Und was das gefährlichste, und das kompliziertste ist, ist viele von dir, wo du auch diese Prophezeiungen merken, viele von den Menschen, die reden in den Brücken der Bibel, um ihre Meinung, ihre Ansichten, ihre Prophezeiungen zu unterstärken. Und dort ist dann viel Schwander, so und einfach, die Zeit zu schieben, während sich dort so hielt, und dort wirklich auf Gottes Wut gegründet ist. Aber nicht alles wird nur glitzert als Gott, dass einer sagt, in Olde Paulus' Taten werden viele Gottes Wut am Mühlen genommen, aber dort wird nicht die Wahrheit. Der eine Ding, wo nun in der letzten Zeit war, soll er nachher kommen, das ist nicht das erste Mal, das sind all jahren, wo ich davon gehiert habe, immer war er, besonders auch rund 2000, und so wieder, und nur dem hier, immer war er gehiert. Und dort ist das ein kleinen Computerchip, wo von nicht in Aachen nicht all und wo man experimentiert wird. Mein Mann, der heute Kevin Warwick, hat du experimentiert, und so wieder. Inwiegend dieses Computerchip, davon geredet worden, doch dort in der Hand oder in der Stirn nicht gemerkt worden wird, durch und Menschen dann auch die Gedanken oder die Angst, und dort ab uns dann kriegt dort das Wort an der Offenbarung geschrieben steht, von Moltegen in das Tier in So, 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 und so wieder. Wer will mal lesen, Offenbarung drei Tieren, Säßtieren bei acht Tieren, du redet von das Tieren auf der Stirn und auf der Hund. Offenbarung drei Tieren, Säßtieren bei acht Tieren. Und das Tier und es veranlasst, dass sich alle, die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Knechte ein Mahlzeichen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn geben. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Mahlzeichen nämlich den Namen des Tieres oder der Zahl seines Namens an sich trägt. Hier ist Weisheit. Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Wollen wir noch einstehen nehmen? Nächster Kapitel, Offenbarung vier Tieren. Vornehen ihren Tieren. Offenbarung vier Tieren, Nehen ihren Tieren. Und ein dritter Engel folgte ihnen und rief mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen an seine Stirn oder an seine Hand nimmt, der wird vom Wein des Zorns Gottes trinken, der wird unvermischt in den Kelch seines Zorns eingeschenkt ist und wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. So du wirst du von gerät hier in dieser Versch von den Tegen ab bestellen oder unterreicht der Hund von Saas Saas und von den Numen von der Tier und so wieder. Euer wieder in den wiedergünen Frauen wird das ist. Die Frauen wird wenn die Erklärung hier wird der Computerchip nicht saß oder etwas und wird dann wenn der Computerchip saß oder es wird es dann der Tegen von Gott. Wenn wir lesen, krägt es in Gottes Wort in der Offenbarung dort du entteken ab Stil oder Hohnd von Menschen sind wo Gott euch hören. Da wir lesen. Offenbarung vier Tieren forscht oind. Offenbarung vier Tieren forscht oind. Und ich schaute und siehe das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000 die den Namen seines Vaters an ihrer Stirn geschrieben trugen. So wir wahren das Bild und wird ab best ober dit mal wird den nun von den himmlischen Fura ober irgen tegen wort du te lesen wir. Offenbarung 7 forscht 2 in 3 Du les wie Offenbarung 7 2 in 3 Und ich sah einen anderen Engel vom Aufgang der Sonne her aufsteigen der das Siegel des lebendigen Gottes hatte Er rief den vier Engeln denen aufgetragen war der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen mit lauter Stimme zu beschädigt weder die Erde noch das Meer noch die Bäume bis wir die Knechte unseres Gottes an ihrer Stirn versiegelt haben Ohne Stirn versiegelt So ein Gläubiger kann sein besonders wenn wir in Römer Offenbarung vier Tieren du lest von dem Tieren und dem Tieren von Gott auf der Stirn von Gott fallen down So dann kann Gläubiger logischerweise sein wenn Eind von dort da muss sein das Molltegen vom Tier wenn dort von der physische Welt die nun war der Tegen der Bedeutung dann macht dort andere auch So wenn das Molltegen von den Feind das das Klima Computer Chip ist was ist dann der Tegen was Gott hat was Gott unterstehen von seinen Kingen neuen Wort was ist dort wenn wir lesen von einer Gruppe Menschen in andere Gruppe Menschen entweder oder sie haben dort Tegen oder sie haben dort Tegen von Gott entweder oder so wenn dort einer den Computer Chip ist was das andere dann und wenn wir das buchstäblich nehmen werden übrigens wenn wir Prophezeiungen wir lesen jetzt eine Offenbarung das ist eine Prophezeiung prophetisches Buch und du hast auch eine prophetische Sprache gehört und ich weiß die Morden Gottes wird so vieles mehr nicht so nehmen wir können nicht dort verstauen verdrehen ob ich habe mit Menschen in der Vergangenheit auch hier rät und sie sagen wir nehmen Gottes Wort einfach buchstäblich ok wenn wir diese Farge dann buchstäblich nehmen werden und Tegen unter Stirn oder unter Hand saß 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 den Namen von der Tier dann ist meine Frau wenn du buchstäblich nimmst wo wurde ein computer chip wenn wir buchstäblich nehmen werden dann ist buchstäblich buchstäblich und dann meint du kannst nichts anderes an bestellen sein außer tegen saß saß wenn wir buchstäblich nehmen dann ist buchstäblich aber dann ist der Frau wird erst der tegen von dem Namen von Gott und übrigens wenn wir die prophetische Sprache oder einfach buchstäblich nehmen dann werden wir uns wenn wir das buchstäblich nehmen dann wird Jesus ein dreh stark er aus dörrem er aus geschossen und so wieder so prophetische Sprache der bildliche Sprache ist gebrochen wenn wir das buchstäblich nehmen dann bleiben du sehr viele Frauen buchstäblich du nicht buchstäblich nicht für mich wenn wir über das symbolisch nehmen dann soll wie wo das eigentlich fern buchstäblich und nicht ein wahrer Spruch ist und nicht so für Freion bringen braucht im Nied Testament sei wie das Bild nicht gewarnt dort wie es wird ab Stieren oder ab Hohnt nach Baken nach Vorfen oder nach Däun Sellen aber wenn wir das Testament lesen dann soll wie Gott das Volk Israel immer gebrochen hat bestimmte Zwecke zum Ausdruck zu bringen da wollen ich mal betrachten das Erste 2. Mose 28 saßen dort und hier red du von von den Levit und den Hohen Priester wurde am Tempel da in Sohlen und du sagst vor dem Mose Aachen Du sollst auch ein Stirnblatt aus feinem Gold machen und darauf eingravieren wie man in Siegel eingraviert Heilig dem Herrn und du sollst es an eine blaue Schnur heften damit es an den Kopfbund ist vorn am Kopfbund soll es sein auf der Stirn Aarons soll es sein damit Aaron die Schuld der heiligen Dinge trägt die die Kinder Israel heiligen in ihren heiligen gaben und es soll alle Zeit an seiner Stirn sein damit sie wohlgefällig sind vor dem Herrn so so es so ein Stirn blatt haben du boven soll tun heilig dem Herrn was mein dort dort soll so viel sein dort das Gedankene und das Streben wo der hohe Priester hat dort soll Gott heilig sein und dann habe ich dann noch fein im Nied Testament bildlich und wann wie wahre geboren sind und Gott ans Nied Leben gejevt habe eine Erneuerung eures Sinnes da rät die Bibel davon dann soll das auch ab unsere Stirn bildlich sein heilig dem Herrn und was wir denken die Entstellung hat so das Bild von was wir bestimmen haben aus dem Bild wie Gott geweiht sein noch ein Untersteht 2. 3. 3. 2. 3. 3. Du sagst sieben Tage sollst du ungesäuertes Brot essen und am siebenten Tag ist das Fest des Herrn du sollst sieben Tage ungesäuertes Brot essen sodass bei dir an allen deinen Orten weder gesäuertes Brot noch Sauerteig gesehen wird ihr sollt euren Söhnen an den Tagen sagen das halten wir wegen allem was uns der Herr getan hat als wir aus Ägypten zogen darum soll es dir ein Zeichen sein auf deiner Hand und ein Gedenkzeichen zwischen deinen Augen damit das Gesetz des Herrn in deinem Mund sei denn der Herr hat dich mit mächtiger Hand aus Ägypten geführt so soll wir dort entgegen ob deine Hunde in und zwischen deinen Augen worum dort die nicht verjahst wo Gott der Israel aus Ägypten gebracht hat und dort ist ein Bild von das Niedtestament Leben wo Gott den Menschen von dem Leben von Sinn gebrochen hat in Kana an Herrn in der Nachfolge Jesu wo Gott den Menschen in Sinn gerat hat so wie am nicht folgen Herrn und der Hunde geteckt in der Stirn noch ein und du sollst dem Herrn deinen Gott lieb haben von ganzem Herzen von ganzer Seele und mit all deiner Kraft diese Worte die ich dir heute gebiete sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden wenn du in deinem Haus sitzt oder auf den Weg gehst und wenn du dich niederlegst oder aufstehst und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses schreiben und an die Tore war da das selts ja aber Hohen bin in was schon die Jungen bin dort dort du und denk so wo Gott verehrt ihr tun hat im Neue Testament wie wenn wir das weiterholt sollen und wo sich dort hundert wenn Gott das Bild brücken deut im Old Testament dann wie dort leih und wand im Neue Testament dort wie unsere Gedanken alles was an Kopf verjet dort heilig dem Herrn ist dort wir uns erinnern was Gott für uns getan hat ab unsere Hohen abschrieben was immer wir ab haben wir wollten das sage ich nicht eine Hohen ab wenn wir schaufen dann wir rufen wir können sein was ab erinnern und dort soll uns erinnern noch alles was unser hang down dort soll dort sein was Gott verherrlichen det alles was wir denken nur wir nur streben dort soll dort sein was Gott verherrlichen det ab bestehend zwischen den jungen dort wird immer war erinnert worden wie sind die Ägypten rück gekommen wie sind der sind blöd nie Menschen geworden und dort wir nie am folgen werden und können das Bild wird wir dann leicht für das Nied Testament und wollen und können noch heute nutzen Hesekiel Nien falsche Feuer du sagst und der Herr sagte zu ihm geh durch die Stadt Jerusalem und zeichne ein Zeichen an die Stirn der Leute die seufzen und jammern über alle Gräuel die darin geschehen so wie ein Gott ist und der Volk Israel und die Fehler wird nicht mehr Spor du mehr mögen wo sind dich alle wir aber du sagst nicht wirklich immer der Sinn denn immer dort leben so die Menschen leben werden sie bedrückt und sie johmerten du ever und so viel hat Gott nicht oft gesagt wir hat Gott nicht den Rechen gedreht und jetzt Gott zu diesen Propheten gut in Tegen all der bestehren wo du noch mit mir haben und wir haben Tegen diese Menschen die hier in mir die sind noch auf uns sieht und so die Tegen auf Stirn und auf Hohnt es sind Tegen wem wem ungehehr bildlich hier sein Tegen ich die Tegen wenn wir saß saß nehmen und besonders die Tömer von Töten und nicht Töten und so wieder wenn wir eine Offenbarung wirklich die Serie durch nehmen Kapitel für Kapitel gut und wir sollen dort sich direkt ab die Teg in der Mittelalter bezieht aus in dunklen Mittelalter wo wann wer nicht in der römisch katholische Neige Buren war wer nicht Neige Toft war wer dort nicht abgewiesen konnte der konnte nicht Köpen mit Verkäpen und du musst das am Töten hören und wir wollten noch um die Karte merken da wurde in einer ganzen Serie über merken ob der römisch katholische Papst damals sich auf der Stufe von Gott stalled in Menschen sind vergeben in all so Dinge wieder so dort tecken wir damals nicht buchstäblich aber wo die Menschen entschädigten wem sie sich anschließend deiten in Bad Vandeau und dort ist mir so wichtig geworden Menschen wie Kern dort tecken von der Tier lang ab stehen und haben ohne dass wir verhebt euch eine Impfung oder in Chip verhebt euch in Hauen und womit wenn wir so leben aus der Finde und Welt wenn wir so leben aus der Anti Anti meint bloß je in Christus ist wenn wir je in Christus leben dann haben bildliche Säun und sind ab stehen wir denken so aus der wird der Finde werden dann so der Tegen von der Tier und der Tegen von Lamm wie so sinnbildlich merkt dort soll er fehl sein und für mich gleich mit der Offenbarung um diesen Gedanken zu beschaffen wird erst der Tegen von Gott wenn das wird bestimmen weil nicht die Denkweise sind dort wo der Finde war dort hat was ist das Merkmal Gottes und wo ich dort habe was ist das Merkmal Gottes noch einmal Offenbarung 14 verscheint und ich schaute und siehe das Lamm stand auf dem Berg Sion und mit ihm 144.000 die den Namen seines Vaters an ihrer Stirn geschrieben trugen dort es wird so wenn wir drei denken und Hesekiel nicht vor das wie du lesen deuten dass Hesekiel all die wo du jungen und sind wo sind die Menschen werden stompeln soll und ein Merkmal geben soll hier all die haben den Numen ab er der Stirn wir wollten auch dort bloß einen Numen an das Stirn ab baten dort merkt uns noch nicht ein Kind Gottes bloß den Sticker John Deere am Träkter abbaten merkt auch nicht den John Deere Träkter das rät von der Erfahrung wort wir gemerkt haben er merken man besser gesagt wir hatten keinen wenn wenn wir Gott kommen an Sünden feilen wie Freon dass uns zu Gott haben wurde in dem Glauben an dort was Jesus getan hat Freon wie Gott hat nie war Das wir war geboren worden dann wo wir an Johannes 3 lesen dann wo wir waren geboren in Römer 8 versast hier und du sagst der Geist selbst gibt unserem Geist die Bestätigung dass wir Kinder Gottes sind der Geist selbst die haben uns die Stampel so sie sie haben die Menschen die Stampel oder Merkmal geben so die hell die ist uns Menschen wenn wir in Röwen Pus sind alles wirklich verarm und geschert haben dann ein Wort für ein Fairreich dort hier der Pastor Paulus der red über 2. Korinther 21 und 22 Gott ist es aber der uns mit euch in Christus befestigt und uns gesalbt und versiegelt hat und in unserem Herzen das Pfand des Geistes gegeben hat er uns versiegelt mit den hellen Jes und und unser stirn dort meint so viel dort wie Gott mit unserem denken unseren streben unserer entstallung hier hier unser hängen dort nicht mehr so hunden aus das fleisch wer dort so hunden so es Gott war heilig dem Herrn und dort wunderbar es wann wir Gott und ihr hören wann heil uns den Stempel haben können geben dort wir haben und die hören oder heil uns noch geben können dort wunderbar es Jesus seht keiner wo der mich unter treten wenn er bemüse hat dort meint wenn wir beahmt blieben werden dann wo wir beahmt blieben können aber wer du nicht mehr wer sich von Gott weicht dreht Gott wird kein Menschen zwingen bis zu blieben so sei wie das Begleichnis von verlorenen Schub dort wir er er und dort ging weich von Thüs weich oder von Herd weich der verlorene Sohn der wird Thüs und ging weich und wenn wir nicht bloß in Eugen Hurs sehen wir dann sagt Jesus der Führer seht das Sehen der wird dort und der ist wahrer lebendig geworden so keiner kann uns in Gottes Hängen rüttreten aber wir können selbst entscheiden die Hängen rüttere gehen wenn wir uns rüttelacken loben und du wein leufe to her an jeschwister es für mich der Fokus viel beter geleicht wenn wir nicht ab saß und dort leiden wenn wir viel doll ab dort wird Gott für seine Kinder haben den Numen Gottes anzustehen und an Banzer Hohn so sollen dort wie dort an Leben wirklich dort stemmt heiligt dem Herrn wenn dort wird wir werden und der frühe ist hast du oder hast du dort der Gingung bist du und Jesus gekommen mit deiner Schuld dass die können rein wurschen dass alles ist auf gewascht der Sinn nicht dass wir uns verdäunt haben verhäb nicht aber das Geschenk Gottes wird wir auch nehmen können so wir brauchen für Impfungen für Computerchips und so Dinge brauchen nicht Angst haben warum nicht erstens hast du keine Verbindung mit einer Offenbarung und der Bibel für das nicht zweitens die bietet computer die konnte die Säule nicht und die Säule ist geschenk all das andere die computer chip und die Impfung all diese Dinge wenn die Havara kommt dann wird das hier ab geblieben von der physischen Welt wo das physische nicht die Säule zu gefangen nehmen so wir können dort uns drüben sein ich sage nicht dort wenn alle nieder einfach ohne dort zu proben dort sei nicht aber wir brücken uns durch nicht Angst mehr wegen der Teum die gerade ste Angst was wir haben ist es mein Leben wohl gefällig für Gott das wird Jesus seine Jünger sehen hat nicht Angst für den Menschen wo den Körper bloß wird unter und können über die Säule nicht gehen aber hat Angst für die wo die Säule in Hallen schmieden können und dort ist nicht der Fiend dort ist Gott die Autorität hat so die geratzte Sorge in uns leben ist mein Leben Gott wohlgefällig sie am gehorsam lebe ich nur Gottes Wut wenn ja dann kann ich in Trost leben wenn Gott ist mit uns der zweite Teumer ist was mit der Entrückung die Entrückung ist ein Teil von dem Pre-Millennialism das einer in Englisch sagt und in dieser Theorie gibt ein paar verschiedene Ausleihungen von dort wo es ist von der Lehre wo du vertreten ist du wirst die Entrückung kommen wo bloß die wo Gott wohl gefällig leben King Gottes sind im Himmel genommen worden und all die Dautes die gläubig sind die wurden abstohlen und die wurden im Himmel genommen worden die unter Ola wurden noch hier beirrt blieben und es wird alles so passieren dass China dort machen wird es wird auf einmal der Mohn wachsen der früh wachsen ein von der King wachsen der Pilot wachsen der Bass vor und so dort ist die Erklärung wird sie haben nur diese Entrückung dann wurden sieben Jahre seien schwere Trübsal kommen ab dieser Welt nur diese sieben Jahre dann wird Jesus drei kommen und seinen Rigg ab dieser Welt hier abstellen für die jahre nur die jahre dann wird er dort endgültige geend gericht holen dann wurden auch die wo einen verlorenen gestorben sind auch abstellen für das Gericht und dann wird die Ewigkeit anfangen dort ist so ein Satz ein Überblick über diese Lier und wird diese Lier auch besonders in Nordamerika populär gemerkt haben dort ist diese Serie Left Behind also in zwei Serien waren nicht recht sie die dort die die lier der Hafen Po Dinge wort du auch dort um treng merkt dort teg läuft und örtens wenn einer hielt okay du kipp eine große Trebsal aber wenn du bloß gott einst da musst du nicht mit Bären sein dort ist ihr so um treng eine Welt und ein stich gut wenn er bloß kann zweitens nicht alle vertreten aber dort ist doch stark an dieser Lehre mit Bären dort eine zweite Chance gebt und nicht bei der erste Entrück der Bibel ist okay dann hast noch eine Wollung dann weiß nicht was das 7 Jahr deal und hast noch eine andere Chance das wird dann auch seien untreng merkt man die Faschen wurde in der Bibel gebrückt worden für diese Theorie lesen in den Bären uns auch Gedanken über merken die erste Thessalonicher Feier Ich will euch aber Brüder nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen damit ihr nicht traurig seid wie die anderen die keine Hoffnung haben denn wenn wir glauben dass Jesus gestorben und auferstanden ist so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen denn das sagen wir euch als ein Wort des Herrn das wir die wir leben und übrig bleiben bis zur Wiederkunft des Herrn denen nicht zuvorkommen werden die entschlafen sind denn der Herr selbst wird mit einem Befehlsruf mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herab kommen und die in Christus verstorben werden zuerst aufstehen danach werden wir die wir leben und wie übrig bleiben gleich mit ihm in den Wolken entrückt werden dem Herrn entgegen in die Luft und so werden wir für immer bei dem Herrn sein so tröstet euch nun gegenseitig mit diesen Worten Entrückt werden in Gläubigen oder Gestorben in Christus auch abstohen wollen aber meine frühe ist wenn wir diesen Aufschnitt einfach in Zusammenhang nehmen hast du wirklich den Entrück dass das nicht dem Morgen wird sein wir lesen hier von einem Befehlsruf wir lesen von einer Stimme des Erzengels von der Posaune Gottes der vom Himmel kommt und dort wollte nicht dem Morgen sein wir wollten nicht fragen dort sich dieser Posaune hier aus dem Olden Testament wo wir hatten ein Beispiel im Olden Testament wo sich dort hielt wann Gott die Posaune Blusen deut entweder du musst in irgendein saß hin du sagst als nun der dritte Tag kam und es morgen wurde da erhob sich und blitzen und eine dicke Wolke auf dem Berg und der Ton einer sehr starken Posaune das ganze Volk aber das im Lager war erschrak so wie er säuerte morgen wann Gott diese Posaune Blusen leitet und dort erst am Zusammenhang hier der Sterben von Erzengeln der Posaune er noch diese Auferstehung entdrückt werden all das auf einer steht erwähnt nie erst du dann die Frau und das sei berechtigt die Frau worum red Paulus hier bloß von der Gerechte oder der wird ein Christus gestorben sein woran abstimmen worum sagt hier nichts von so ne wort angläubig gestorben sein worum red er bloß von dir die Erklärung ist ganz einfach wegen gläubiger reden dort versäunen wort du angst hat dort er geläuft und Jesus geläuft hat und sie werden gestorben und wir werden aus sicher gemerkt worden durch falsche Uitleihung und dann mal dort wo die gestorben werden da wollen sie nie nicht sein da wir verbiegen so wieder und nur wenn sie hat keine Angst die wollen die wird verünt aber er erwähnt hier nicht die Ungläubige wenn er hier diesen und diese verünt um zu ermutigen dort heute steht bloß die Gläubige erwähnt um die Gläubige ermutigen dort soll wie in 1. Korinther 51 bei 52 du red her von der Auferstehung und heute mal wo der du sagt seht ich sage euch ein Geheimnis wir werden nicht alle sterben wir werden aber verwandelt werden hier ich sage ähnlich das wo wir in Thessalonik sind wir werden verwandelt werden entdrückt werden wir werden verwandelt werden plötzlich in einem Augenblick bei der letzten Posaune denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden unverweslich auferstehen und wir werden verwandelt werden so die letzte Posaune in Thessalonik red von der Posaune des Erzengels die letzte Person und hier sage ich nicht bloß die Gläubigen die Toten werden unverweslich auferstehen da meint Ola zu Päts steht von der Posaune hier von der Auferstehung bei einem steht erwähnt bloß die Gläubige wegen der Erdreht und hier rät die Menschen durch Reut sein so so in diesem Abschnitt habe ich noch andere Dinge die erholt wurden in anderen Bibel Aufschnitte zum Beispiel die Wiederkunft des Herrn die Posaune vom Himmel die Toten Auferstehung und so wieder und wir dann auch andere Kapitel und andere Aufschnitte in der Bibel nehmen und so diese Hauptereignisse seien und dort du mit dann auch das Bild taubst da wenn wir eine Überleihung immer so eine Stadt merken dann ist eine Bedingung dort die Propheten die Evangelien und die Bräu die Apostel geschrieben die 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 Propheten Evangelien und die Bräu wenn von diese drei sein das Schwanz zu verstehen Evangelium bereut die Propheten glaube wir alle Propheten sind viel Schwanz so wir können den Fehler merken dort wie die Propheten anfangen du wot lesen dort hier sich nur dort oder dort oder so dort und dort wir dann dort nehmen und dann trägen nur dort wo du einfacher ist einfach direkt geschrieben ist und du dann proben dort die Prophezeiungen gesagt und gefunden hat viel bete ist dort wenn wir durch nehmen was einfacher zu verstehen sein der Evangelium und die Bräu und dann die Prophezeiungen nehmen und sagen okay du kannst das nennen posten wo Jesus so klar und der Apostel so klar und er geschrieben hat so die Wiederkunft des Herrn das lesen wir in Offenbarung 1 Vers 7 Offenbarung 1 Vers 7 siehe er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen auch die die ihn durchbohrt haben und alle Stämme des Landes werden über ihn wehklagen ja Amen so heute kämpft mit den Wolken und alle Jungen wollen sein und die wurden gehasst haben zerstochen haben die wollen auch sein nur es die ütlaiung aber das ist bei der Wahrer kommt und es aber nicht bei der Entrückung das wurde erwähnt wird Jesus kennt bloß noch immer Wahrer aber wenn die Entrück ist dann es nicht eine Wiederkunft dann kommen wir nur an den Wolken und die Wahrer kommt erst wenn er für das Entgericht kämpft oder wenn er kämpft um diesen Jungen unter fahren aber wenn wir dann lesen in Apostelgeschichte 1 fahrt auf du sei wie Jesus hat seine Jungen am Bein abgeraubt hat er gesegnet wie im Himmel hier vor mit einer Wolk dann les wie sie stunden chicken nachher und fahrt auf die Apostelgeschichte ein fahrt auf die die Säden die sagten ihr Männer von Galilea was steht ihr da und seht zum Himmel dieser Jesus der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde wird so wiederkommen wie ihr ihn zum Himmel habt auffahren sehen so die Engel sagt er die hand ihr sollen wo Jesus nach gegangen ist wenn er war er kommt dann soll sein was ihr die neue sein hat so dort sind dann einige Dinge die dann klar ütter sind urschen dort wird sein sein da wollten ich habe ein erloff nicht sein bei dem Herrn einfach ohne die 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 der kunft hier wollen sein so sein sein der Engel und das meint dann auch wir wollen denken dort sitzen Gläubige wo die Engel hier reden dort werden die Jünger wenn die Entrückung erst kommt und an Jesus dann war er kommt dann wurden die Engel sein die wollen mit am taub trä kommen die Gläubige aber die reden nur von Jünger aus Gläubige wollen bei der war er kommt dort sein so er kommt mit den Wolken krank dass er er hat neue sein haben wenn die Entrückung erst kommt bei der war er kumpf Jesu dann ist meine Frau wo sie blieben wo sie tritt blieben wenn ihr 2. Petrus 3 versteht du sagst Petrus es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht an dem die Himmel mit großen krachen zergehen werden die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke die darauf sind werden verbrennen so der Tag des Herrn wurde so der Nacht kommen wir wollten nicht wo sein dann wurde der mit großen krachen und von der Herd verschmelzen du wolltest kein Platz mehr sein dann ist das endlich durch wann der Tag des Herrn kommt wann er war er kommt so wann Jesus war er kommt dann war es sein und dann ist das eng der letzte Posaune dann wurden alle Döder abstohen und dann wird ihr Jesus wieder nicht kann wo ab jemand existiert in der Toten Auferstehung dort noch ein Teum wo Paulus auch reden det in Johannes 4 28 und 19 Jesus auch von der Auferstehung red wir denken du an Thessalonich wollen wir die Entrückung Lehre nehmen dann hast du die Gläubige abstohen einander nur dann stuen nur diese Düsent Joah in Oland dann stuen noch die Ungläubige ab Johannes 5 28 wo sagt Jesus hier und du sagst wundert euch nicht darüber denn es kommt die Stunde in der alle die in den Gräbern sind seine Stimme hören werden und sie werden hervorkommen die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts so wenn wir bloß diese zwei Forts lesen wo Jesus die Auferstehung rät wo wir dann wirklich den Eindruck kriegen dass zwei verschiedene Ereignisse rät von Ereignissen wo du neun sein auch nicht er sagt der Stund die Stund und die Stimmen Gottes hier und die wurden abstimmen zum Leben und zum Gerecht und Johannes saß feuer feftig du rät Jesus noch einmal von der Auferstehung und Johannes saß feuer feftig wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt der hat ewiges Leben und ich werde ihn am letzten Tag auferwecken so er braucht hier mit Stolke wird wer mein Fleisch atem und Blut trinkt obwohl du nicht bildlich sein wer mich angenommen hat wer mein Blut und Opfer für sich angewandt hat der schuldlos geworden ist der hat ewiges Leben in so eine Person da war er am letzten Tag abwecken wo viel kam nur den letzten Tag keine wofür Personen kommen nur die letzte Person keine und wir denken über Lein war er sagt red hier die Sonne wird dort ihr Leben haben wo Jesus angehören und er sagt du nie angehören und im letzten Tag wo er abweichen dort gibt kein Rühm danach dort nur dort noch einmal eine Auferweckung wird sein am letzten Tag waren alle die wurden im Grof sein seine Stimmen wurden hier einige wurden abstimmt haben die recht andere wurden abstimmt für die ewige Belohnung glauben sie größer sein wenn wir der Tümer von Entrückung bet wieder nun folgen Matthäus 24 saßen dort ich betreue viertig weil wir du lesen und du sagst Jesus Matthäus vor und 20 saßen dort ich den Tag aber und die Stunde weiß niemand auch die Engel im Himmel nicht sondern allein mein Vater aber wie es in den Tagen Noahs war so wird auch das kommen des Menschen Sohnes sein denn so wie sie in den Tagen vor der Sintflut lebten sie aßen sie tranken sie heiraten ließen sich heiraten bis zu dem Tag an dem Noah in die Arche ging und sie erkannten es nicht bis die Sintflut kam und sie alle weg raffte so wird auch das kommen des Menschen Sohnes sein dann werden zwei auf dem feld sein eine wird angenommen der andere wird zurückgelassen werden zwei werden mahlen auf der Mühle eine wird weggenommen die andere werden zurückgelassen werden darum wacht denn ihr wisst nicht in welcher Stunde euer Herr kommen wird so erstens von Menschen abtreten in sein oder taxieren in diesen Tid was passiert dann nehme Gottes Wut in Bemügend an Rode Flaggen und ich sage diese Person darf nicht bleiben wenn Jesus sagt hier nicht mal die Engel weiten wo wir als kleine Menschen dann weiten und rechnen wenn er was passiert so wenn Menschen kommen dort rechnen kann wir nicht weiten er sagt das wird so sehen aus wann aus der Tid Noah und was mich interessiert für er kommt wird dort Noah lang predigt in China gelaufen und dort dort scherbt und dort ab einmal so viele Tiere einfach über sich selbst in eine Arche nennen ging büte dort keine besondere Wunder besondere Tegens wo die Menschen nehmen und niemand war ab hossen und Jesus sagt so ist in der Tid Noah so die Menschen befrieren sich die Bluten sich befrieren die gehen nur Arbeit die schlucken die stuhlen ab und feiern dort wurden Dach sind alle unter der Er redet nicht von dort ist alle Sorten mit passieren und so wie er sagt er kann erwarten das sind alle andere Nein was er kommt und steht er sagt er was die Zeit lot ist die Menschen stünden ab wie in Schlupen gehen stünden ab sie rei zur Arbeit gehen dann er reich über die stört und wir durch eine Entrückung so zu sein dass wir eine Erratung haben noch in seine Familie und Lot in seiner Dach in seiner Früh der war nicht mal geraten der war eine Salzsäule aber was meint hier wenn Jesus sagt einer an dem Tag werden zwei auf dem Feld sein einer wird weggenommen einer wird zurückgelassen werden wenn wir einen Zusammenhang mit der Zerstörung Jerusalems nehmen dann post dort aus den Römer Jerusalem er genommen dann wird uns berecht historisch dort die Stab die mussten mehr aus gelaufen die andere waren vielleicht nicht stark genug werden die können hier blieben so die nur bloß ungenommen die märten der andere die können tre blieben ober auch im Zusammenhang mit der Wiederkunft Christi so ist ein Tid Noah so ist ein Tid Lutz wo dort sein ein Tid so wie es war in den Zeiten Lutz und Noah wird das sein da meint einer wurden ungenommen worden der andere wurden tre geluten worden mit dem Herrn in der Herrlichkeit sein der andere wurden tre geluten worden verloren sein verloren sein meint nicht tre ab des irrt aber verluten sein von Gott für immer wie wann wir das Bild nehmen von den letzten Dach der letzte Posaune von der Harvara kommt neumut vor der Potrus treu hier in bet twelf wenn die tre blieben hier bewert blieben wo wollen die dann blieben das wird nicht rühmt sein es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht an dem die Himmel mit großen Krachen zergehen werden die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke die darauf sind werden verbrennen da nun das alles zergehen wird wie müsst ihr euch dann durch einen heiligen Lebenswandel und Gottesfurcht auszeichnen indem ihr wartet und hineilt auf das kommen des Tages Gottes an dem die Himmel vor Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden so in den Tag des Herrn dann wird kein Rühmeier sein treten blieben hier noch trübsalte haren das eng ist dann du in wie sein hier auch Petrus der schriftlich der gläubigen sagt die lüren auf die entrückung wird der Tag des Herrn schämpft noch sagt die lüren ab den Tag des Herrn wann der Tag des Herrn schämpft dann wurden die Elemente verschmelzen da wird alles ab hier nur lüren nur aus gläubigen und dort meint Petrus red von der Tag des Herrn dort wird der letzte Dach der Uferstehung von der Gerechte und Ungerechte in der Ecke und Wiese wie er ermutigt nicht ob noch eine Entrückung ihr schlürt euer Gericht schämpft der Tag des Herrn der letzte Dach der letzte Posa dann ist das End Gericht und dann meint wer es reiht wer hat seine Gedanken sein Leben wird Gott geweiht und wer nicht wer hat für sich gelebt wer hat für das Leben gelebt und wer hat sich für die Ewigkeit reiht gemerkt dort wo das wo ankommt das Tid wurde noch eine ermutung er vielleicht auch eine warnung sein kann sprechen für all uns was du Jesus folgen will 2 Timotheus 2 versahst hier bei acht hier du sagst Paulus tippt Timotheus 2 Timotheus 2 saß hier bei acht hier von ungeistlichem leeren geschwärts aber halte dich fern denn es führt immer weiter in die Gottlosigkeit und ihr Wort frisst um sich wie der Krebs unter ihnen sind Himeneos und Philetus die vor der Wahrheit abgeirrt sind indem sie sagen dass die Auferstehung schon geschehen sei und dem Gläubigen einiger den Glauben einiger zerstören so dort schlemmste Endesetit ist nicht der Virus dort schlemmste Endesetit ist nicht der Quarantin dort nicht kommt ja dort schlemmste in dieser Tiet ist nicht dort so viele arbeitslos geworden sind viele die ihr schaaflich verloren haben dort schwor aber das schlemmste in dieser Tiet ist gerade dort ungesel gelose geschwärzt wo es ein Krebs rum freden dort wo es dort das schlemmste bringt Ewigkeit frucht mäßig hier seht ihr es nur schniet damals und durch diesen krebs durch das göttliche geschwärzt wurden seinen Glauben verloren und ich würde die Taurud und all die audios und all die whatsapps kriegt in die videos wo dann die von dort land schuld dort land schuld oder die präsident schuld oder diese organisation schuld und dort und jahnt wo ich eine Freude haben über leih wollen was von jes es hingen so ne videos auf staut den audios nur wort von ne jes führt dort ans er bringt dort ans bringt dort ans jes von krav von ruhe te fredenheit gott vertrühren gelutenheit ermut jung gott nach betert te doin no ek feng wengst du nicht der jes wo du mit in diese so ne ort von von geschwärzt mit es jes wo du angst bring jes wo du auf rät bring jes wo sogar auch eine person gegen den anderen läden kann jes wo die rebellion abwarten det wegen die menschen seien wenn dort ist wo die regierung oder wenn dort ist wo die organisation war dann wo ich gegen seien wo ich nicht vor luten dort sind jes von rebellion in abwarten in verwirrung wo du mit dit gönse schwärz verbunden hast wo so sind kreif römfri in det jes wird verschiedene Ansichten sächer wenn du so kein Problem hat wenn wir verschiedene Ansichten haben und eine kleine Gruppe wurden vier verschiedene Ansichten geben ober leuwe to hörcher waren dort den fiend gelenkt und der kind ja gott ist da ist sogar einer den undren gegen den undren ab der herzen dort einer den undren beschuldigt oder veracht oder sogar verleumden hat hafte fiend nicht doppelt gewonnen entsteht dort wir in dieser Zeit taub hauen ein unter ermordchen durch das lose geschwärzt in dieser Strömung wo du dann kommst dort uns als Gläubi sogar in neuen Rieten will zum Beispiel einer wo du verhebt keine Angst habe krank zu wollen der kann sein eine Person wo du Angst haben die Person die kann Gott vertrauen Gott Gott wird beworben aber diese Person hat vielleicht jüngerlich Angst dass die Ökonomie so schlecht wird dass seine Arbeit verliert vielleicht sein ihr Schaf verliert alles was er hier hat die Angst wird verlieren und du hast Angst für diese Person nicht kriegst viel Gottes genug und Gott vertrauen aus der Üsch die dritte Person sagt vielleicht ich keine Angst für die Krankheit ich meine Arbeit für die Ökonomie wird die Ruhe fallen und die Schaf und so du hast keine Angst für die Regierung wird uns alle Freiheit weich nehmen diese Person nicht kriegst Gott Gott vertrauen ab Jesus wurde mir es gegeben alle Gewalt im Himmel und auf werden so der fien konnte sein leicht brücken ob einer hat eine andere Angst hat was den anderen und einer den anderen beschuldigt und der unter rauf kickt wo wir aus Christen und anderen unter berufen sind ein ohne ermutigen wieder teme haben und der hat immer war er muss an Jakobus 1 versast und finde ich denken Jakobus 1 versast und finde ich wenn jemand unter euch meint er diene Gott und hält seine Zunge nicht im Saum sondern täuscht sein Herz dessen Gottesdienst ist vergeblich dort ist ihr wer sie in der Tung nicht holen kann über den nächsten oder seinen ütreden er wird er dort wieder in nicht ab wo er sagt du sagst Gottes Wut der Gottesdienst ist verjevlich das ihr ist wo von dort was du wieder gesagt hast eine junge Seil um Glauben Schiffbruch bringen wird wurde dann nicht viel beibeter gewassen wenn die ermutigende Bibel war oder ein erst und ermutigende wurde nur Gott wiesen der wieder gescheckt wurde aus der Regierung oder eine Organisation oder so eine Verdacht verspreide das wird mir der tollste war das vielleicht hat ihr auch so alle meinte sein wird für ein Bild der Christen hat der Welt nie beuden hat soll wie aus Christen nicht die Menschen sein wird so aus dem Licht und das ist tun so wie nicht Menschen sein wird nur sein wo ein gut sein das ist irgende dieser Welt ist vergänglich Lut die mit Gott versäunen recht die nur Gott verlut die ab Gott kipp nicht nur all diese andere Dinge die andere stemmen die alle wehren von so vielen verschiedenen Rechnungen so wie als Christen nicht so die steht sein wo Menschen wo Angst hat wo Trost sehen wo sie kommen können wegen wie ehren ab Gottes Wut ab Gott lenken wollen entsteht noch dolle Angst in Leon durch so ein ungeistliches Geschwätz Jesus steht an jeder einer Wort für jeder Wut einmal Rechenschaft angeleitet dort meint Audios und Whatsapps und all die Dinge auch Kolosse Feuer fief und saß du sagt lebt in Weisheit gegenüber denen die draußen sind und kauft die Zeit aus eure Rede sei alle Zeit freundlich und mit Salz gewürzt damit ihr jedem zu antworten wisst dort wird Gott von uns werfen eine Rede wo du mit Salz hast wo du schmack hast wo du Ruhe bringst wo du den Menschen Jesus wissen das wo die ermutigen das wo die nächsten ermutigen das das Wurde holen wo doch nicht viel bitter sein wenn wir sagen ich will mir Brücken looten in dieser Zeit um das Evangelium wieder zu drehen aus alle anderen Dinge ich will mich von Gott Brücken looten zu Menschen ermutigen steht dort ich andere ab und vielleicht über mich über die Regierung oder es besessen dort ich mit die beten wie taub und vielleicht Wut lesen oder wo immer ermutigen wird fehlen wird nicht viel bet mehr Ewigkeitsfrucht bringen aus so ungeistlich los geschwärzt aus Paulus von Schreven und wir erst fuhren wurden und sagten wir können von dem für die beten weil wir beten dann war der in den Nachden gewonnen und hat leichter gesagt was hier tun wenn in einer Gruppe ist und vielleicht so eine Reden ist hier viert worden und braucht genug sein weil ihr wort sind reden mit sind nicht mit und wer will von was andere reden nicht genug wurde vielleicht gelacht worden aber gottes gottes wort warnt uns sagt so Dinge wort so sind kräfer und frieden hat du nicht mehr zu tun wie hat ein wunder wort wort wird wir üt doel tern ermut jungen menschen nur gott wiesen dort wird wir haben auch in diese t wenn Gott erst von der ist nach noch krass und kontroll ist er immer gewast ist ruhe sein der fräu ist haben wir unseren kopf unsere gesinnung ans hart haben wir angeweiht dort wird wir tun es wird Gott wohl gefällig heilig dem herr wenn wir kämpft beim letzten dach der letzte posan dann kommt die auferstehung für der gerechte und der ungerechte und dann ist der fräu aus stür und reut sein fräu sich wo ich möchte uns halten dort wie reut sein wenn er war er kommt in nises wie noch gelegnet haben evangelium ermutung stärkung verbreiten entsteht du todrehen dort Menschen noch entmutigt in angst kriegen möchte Gott uns alle segnen Amen